Die zu veräußernde sanierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 44 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 170.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017